Hallo liebe Freunde des gepflegten Lichtschwertbaus! In diesem Video möchte ich euch die Griffe zeigen, die meine Fans sich gebaut haben, also ihr. Es ist eine coole Mischung, weil manch einer improvisiert so gut er kann, weil das Werkzeug vielleicht nicht da ist oder das handwerkliche Geschick. Andere haben Möglichkeiten Werkzeuge zu benutzen, die nicht mal ich habe. Fräsen und so weiter, das sieht schon hammermäßig mega professionell aus. Ja und ich lasse das jetzt einfach mal durchlaufen, diese Bilder, damit ihr euch wiederfindet teilweise und natürlich auch Ideen holen könnt, falls ihr euch weitere Griffe bauen wollt oder eben noch nie einen gemacht habt und keine Ahnung habt, wie ihr das anstellen sollt. Designmäßig. Es geht los. Habt Freude. Tschüss. Möge die Macht mit euch sein. Ciao. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.